Michael Jacksons Gesturm Der liebe kleine Michael Jackson, der konnte ihn, man soll's nicht glauben, mit seinem Sound ganz schön verhexen. Leider starb er viel zu früh, dieses musikalisch hochbegabte, äußerst kreative Tanzgenie. Ganz früher war der Mann ein Näscher, und schon da waren seine Konzerte stets die größten Straßenfäscher. Doch dann wurde er immer weiser, bis er starb, der kleine Scheißer.